Mein Name ist Christian Bartsch, ich bin CEO der Coteser Gruppe. Coteser mit seinen rund 400 Mitarbeitern und drei Standorten in Deutschland und China ist Hersteller von Faserverbund-Bauteilen. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt dabei im Bereich der Luftfahrt. Wir fertigen für die Airbus-Supply Chain. Coteser ist in fast jedem Airbus-Flieger an irgendeiner Stelle enthalten mit den rund 6.500 verschiedenen Produkten, die wir hier produzieren. Wir zeichnen uns durch eine hohe Performance-Liefertreue aus und sind auch immer wieder geschätzter Partner im Bereich Engineering für unsere Kunden, wenn es darum geht, kundenorientierte Lösungen zu finden. Das Laserprojektionssystem wird bei uns im Bereich Laminat eingesetzt. Mit dem Lasersystem können wir den Mitarbeitern im Laminat auf den entsprechenden Formen genau die Position der Zuschnitte zeigen. Unser Prozess beginnt mit dem Zuschneiden der Pre-Packs, der Materialien. Und anschließend werden diese Zuschnitte auf große Formen gelegt. Dabei kommt es darauf an, dass die Zuschnitte genau an der richtigen Position liegen. Hierbei unterstützt uns dieses Lasersystem, weil das Lasersystem auf den Formen genau die Position der Zuschnitte anzeigt. Die Mitarbeiter sind also in der Lage, die Zuschnitte genau an die richtigen Kanten zu legen. Und das reproduzierbar jeden Tag immer wieder an denselben Stellen. Das sichert letztlich die Präzision, auf die wir in dem Luftfahrtgeschäft angewiesen sind, um die hohen Qualitätsmaßstäbe zu erfüllen. Der große Vorteil dieses Systems ist, dass wir damit in der Lage sind, die Qualität immer auf dem gleich hohen Niveau zu halten. Sie vermeiden damit schlichtweg Fehler. Das ist der wesentliche Effekt. Der ist messbar. Mit Einsatz des Systems sind die Ausschussquoten deutlich nach unten gegangen. Und das ist eine Ersparnis, die man auch in Geld ausrechnen kann. Hinzu kommt der Zeiteffekt. Das System ist gekoppelt mit unserem ERP-System. Das heißt, wir erfassen dadurch auch die entsprechenden Legezeiten für die unterschiedlichen Lagen, was uns immer wieder auch die Möglichkeit der Optimierung gibt. Die Vorteile sind vielfältig. Was neben den messbaren Vorteilen dazukommt, ist natürlich auch noch die hervorragende Zusammenarbeit, die wir seit vielen Jahren pflegen. Bei sämtlichen Fragen, bei notwendigem technischen Support, haben wir hier sehr kurze Wege und haben es von der Seite noch nie bereut, uns für das System entschieden zu haben.